So, wir machen auch direkt weiter. Wir sollen nach dem zweiten Band von Himmne, Deciding und Eis suchen. Ich denke mal, dass wir hier hochkommen, weil hochklettern werde ich definitiv nicht. Deswegen versuchen wir mal unser Glück hier. Mit der Hoffnung, dass wir richtig sind und keinen Song erwischen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Yes. Komm schon, geh doch schneller. Aha, aha, aha. Gibt es irgendwo eine Treppe oder muss ich klettern hier? Dann klettern wir eben mal. Was ist das für eine kleine süße Schatulle? Leider ist da nichts drin. Da sind wir schon. Boah, das ist ja richtig ernsthaft. Es gibt keinen Grund zur Panik, Jungs. Was ist das? Was ist das? Wie kannst du, dass du ihr Herr Schäuble bist? Oh, so eine absurde Frage, dass du deinen Ignoranz verletzt. Meine Damen und Herren, bitte. Ja, wir sind jetzt weg. Das ist das 2. Volumen des Hymn des Hohes. Oh mein Gott, wir wussten nicht. Bitte, vergib uns. Ich schlag den zweiten Band von Hymn des Hohes auf. Oh, ich bin grad voll gehypt. Diese Quest hat mir so richtig gefallen. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. In der Hoffnung, dass es noch komplizierter wird. Denn genau das wollen wir haben hier. Genau das. So, gibt es irgendwo eine Truhe? Verscheckte Trüchen hier? Gibt gar nichts. Passt das Sichtwelt vom Blick aus der Finsternis und verwende andere, ob wir empfinde Bäume zu verdecken? Was? Wenn es ein Hindernis zwischen dem Blick aus der Finsternis gibt, kannst du die Lücke auch durch anpassen? Okay. Es läuft also ein bisschen anders. Was? Okay. What the fuck? Alter, okay. Creepy. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber ich habe es richtig gemacht. Hi. Hi. Gibt es hier was? Nee. Mann, verpiss dich. Wieso bin ich hier, wenn es hier nichts gibt? Ich hasse das. Heilen wir uns mal. So. Wo ist der andere überhaupt hin? Ist der runtergefallen, dieser Trottel? Der ist so blöd. Oh, hier gibt es eine Schnecke. Ich muss aufpassen. Ich muss diese Schnecke bekommen. Wo ist die Schnecke? Ist die Schnecke da oben oder was? Auf die Schnecke müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht. Schnecke müsste irgendwo sein. Nice. Wo bist du, Schnecke? Wo bist du, Schnecke? Was willst du da hinten hier? Na, was willst du hier? Da ist die Schnecke. Da ist die Schnecke. Da ist die Eko-Schnecke. Nice. Nummer 16 ist voll. Also, wir sind im zweiten Band gewesen und haben die 16. Schnecke bekommen und dadurch haben wir... Moment, das möchte ich jetzt mal zeigen. 16 Schnecken haben wir endlich hier ein Kostümchen erhalten. Wow! Das gefällt mir. Warte geht's. Äh... Also... Ich habe schon verstanden, dass wir Sachen verdecken sollen. Aber... Es ist schon sehr seltsam. Gut, dass es diese kleine Hilfe gibt. Sonst würde man nicht... Nicht checken. Oh mein Gott. Jetzt wird es kompliziert, glaube ich. Oh, jetzt wird es kompliziert. Warte. Jetzt wird es kompliziert. Ich gehe einmal hoch und schaue mir das mal an. Ja. Alter, was wollt ihr überhaupt von mir? Verpisst euch. Neck mit dir. Ich kann hier hochlaufen. Was gibt es hier? Hier. Da ist eine Truhe. Nice. So, weg. Jetzt ist die Frage. Das Ding hat sich gedreht, okay? Das Ding hat sich gedreht. Ich hätte die Möglichkeit... Keine Ahnung. Ich habe irgendeine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, was für die Möglichkeit ich habe. Wir werden gleich sehen. Ah, das berührt uns ja gar nicht. Wieso drehen wir es dann? Okay, jetzt habe ich es gesehen. Warte. Da muss ein Stück von der Treppe sein. Kann das sein? Irgendwo muss ein Stück von der Treppe sein. Irgendwo ist ein Stück von der Treppe. Dann kann ich von dort weiter latschen. Erstmal besiegen wir die Pisa hier. Hola. Wieso stirbst du denn noch? Nein. Das mag ich nicht. Ich muss den killen. Diese Reaktion mag ich gar nicht. Tschau. Tschau. So, wir müssen ja ein bisschen mal heilen hier. Äh, wir müssen mal hier ein bisschen überleben und so. Kann ja nicht so rumlaufen hier. Geht ja nicht. Das reicht. Okay. Let's go. Äh, warte. Guck, ich hab's euch gesagt. Ich muss dieses Teil mitnehmen. Ich muss dieses Teil mitnehmen. Das geht nicht. Ich muss es so drehen, dass ich es dann irgendwie hier ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dass ich dann am Ende durchlaufen kann. Oder mehr auf den Sack geht. Kill ich den mal. So, kann ich hier runter springen? Kann ich hier runter springen? Jetzt kann ich ... ... keinen Bock den ganzen Weg zurückzulatschen. So, ich habe es einmal gedreht Ich drehe es nochmal Ich glaube, jetzt reicht es Also es ist nur eine Vermutung Es könnte falsch sein, aber ich denke Das ist so richtig Was machst du hier? Boah, knapp Jetzt ist er weg Mal gespannt Geiles Rätselchen auf jeden Fall Also ich glaube, so ist es richtig Natürlich Kann es falsch sein Alter, ich bin so blöd, hier kann man es ja auch drehen Ich bin so blöd Und? Ein bisschen rauszumme Oder reinzumme Okay, ich habe es falsch gemacht Vielleicht musste ich weiterdrehen Vielleicht ist da eins mit so einem Treppenelement Und dann klappt es Drehen wir es mal Es gibt aber nicht so viele Möglichkeiten Mal drehen Mal drehen Okay Es gibt nicht so viele Möglichkeiten Dann muss es so sein Es muss so sein Blücken wir mal So, wir sind jetzt Im mittleren Bereich Summen wir mal raus Schauen wir uns mal so ein bisschen um Okay, so ist es nicht Dann summen wir mal komplett rein Auch nichts Jetzt langsam raus Ja Ist ein rein Alter Dieses Scheißding Geht mir auf den Sack Jetzt haben wir es Sexy Alter Wie, 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 wie Wie geht das? Wie habe ich das gemacht? Gab es da irgendwas? Nein, ne? Oh, keine Ausdauer Nee, ich will jetzt nicht Nochmal runterspringen und hoch Leck mich So, einmal kurz Ausdauer laden Man weiß nie Vielleicht ist hier was Hier ist nix Da ist auch nix Da sind so ein paar Gegner In der Phase Besiegen die mal Damit die nicht nerven Boah, der hat mich jetzt schon Nicht mit deinem Schild Okay Der noch Irgendwann willst du mich verarschen? So Jetzt Was gibt es hier so? Gibt es auf diesen Dingern Eine Truhe? Nein, ne? Okay Ich könnte hier hoch Wieso kann ich hier hoch? Oh, ich kann gar nicht hoch Doch, ich kann hoch Wieso kann ich hier hoch? Was willst du mir damit sagen? Oder soll ich runter? Was willst du mir damit sagen? Mein lieber Freund Okay Ich fahre mal runter komplett Kein Bock Von oben Wieder runter zu laufen Irgendwas kann man damit Safe machen Schau dir das mal an Hat doch Das hat doch ne Bedeutung Da sind wieder paar Gegner Was gibt's da oben? Okay Ich hab's schon verstanden Aber ich bin mir sicher Dass es hier irgendwo Eine Truhe gibt Sowas von sicher Was ist zum Beispiel Das da hinten? Was bringt es mir Wenn ich da oben bin? Kann ich über Da hoch? Schaff ich das? Ne Schaff ich nicht Okay Okay Machen wir erst mal das hier So Ich muss glaube ich Reinsummen Okay Easy Jetzt ist die Frage Wie komm ich da hoch Ausdauer reicht nicht Kurz mal warten Jetzt reicht es Zeugs hier im Kap Okay Wir müssen da links hoch Ich frage mich Was das sein soll Kann mir das bitte jemand sagen? Was soll das? Wieso haben wir das? Irgendwas Irgendwas fehlt mir da Mit deinem sind wir nicht zu verändern Irgendwas Irgendwas fehlt mir Eine Sekunde Von Welche Richtung war das? Ah das war diese Richtung Okay Okay Bin mal gespannt Irgendwas muss ich da noch umändern Schauen wir uns mal um Aber da geht es doch weiter Ich glaube da geht es zu einer Truhe Kann es sein? Ich glaube da sind Truhen Ich würde gerne Truhen erstmal holen Ähm Ich muss mal kurz überlegen Da fehlt mir aber ein Hindernis Wenn ich das Ding drehe Dann bringt es mir auch nichts Komm machen wir erstmal weiter Ich spiele ich mir das gleich Oh das war ein Fehler Oh das war ein Fehler Oh das war ein Fehler Oh verpisst euch Allah Und wenn ich auf den Sack Ihr Pisser Da kämpft damit Ciao Nee hier geht es weiter Ich will nicht weiter Ich will erstmal diese Quest lösen Oh das sieht aber auch interessant aus Rette Leon Ich bin mir echt nicht sicher Wenn ich hier weitermache Komme ich dann wieder zurück? Muss ich erstmal hier weitermachen Um da weiter zu gehen Das ist halt so eine Sache Ich mach mir nochmal kurz Gedanken hier Einmal kurz sammeln Was für Möglichkeiten habe ich? Ich hab die Möglichkeit Ich hab die Möglichkeit Das zu drehen Ich könnte das auf die andere Richtung drehen Dann würde es aber heißen Warte wir probieren es mal Wir probieren es mal Weil die Treppe haben wir ja schon repariert Da kann ja nichts kaputt gehen So jetzt haben wir es da hinten Aber da fehlt aber trotzdem noch etwas Und wenn ich es nochmal drehe Okay Bringt nichts Aber das würde auch dann Sinn machen Ah der geht dahinter Das bringt mir aber nichts Du musst zurückkommen Weißt du da macht dieser Luftschlumsinn Da macht dieser Luftschlumsinn Weil dann kann ich rüber Schau Ja ich kann rüber Das muss doch was zu bedeuten haben Was für ein Kampf man Willst du mich verarschen? Von wo kommst denn du? Alter leck mich doch Guck einfach aus dem Nichts Was kommt davon Wenn man nur Und er fällt einfach auf die Fresse Oh Gott Schau dich das mal an Könnt ihr euch mal verpissen? Nice Passt dem Blick wenn die Nachtraben an Um das Rätsel zu lösen Ist es das? Sei mir ehrlich Oh mein Gott Ich bin einfach der King Also ich feiere mich gerade Weil ich mir nicht sicher war Ob es funktionieren wird Und es hat funktioniert Geil Einfach nur geil Nice Das gefällt mir Das gefällt mir Truhe Ich komme Leon kann warten Leon der Profi Wisst euch Oh der viele Gegner Scheiße auf diese Gegner Jawolala Nachtwachenvertrag Okay Ich habe das aber gebraucht Ich würde sonst Nicht weiterkommen Oder? Da unten ist glaube ich Noch eine Truhe Beziehungsweise da oben Da unten habe ich aber auch Was gesehen Schaue ich mir gleich Auch nochmal an Hier ist keine Truhe Willst mich verarschen Okay hier ist auch nichts Oh Komm ich hier wieder hoch Nein Ich bin hier hoch Leck mich Nein Ja fall doch endlich Wo bin ich? Wo bin ich? Achso Oh mein Gott Glück gehabt So ich glaube Da ist keine Truhe mehr Den Nachtwachenvertrag Habe ich Gerippt Machen wir hier mal weiter Ähm Was gibt es bitte Da unten? Was gibt es hier? Oh mein Gott Oh das ist dieses Ding da Mit diesem Zug Das gefällt mir Hier das müssen wir Ein bisschen kleiner machen Ne größer Sorry So groß So Bisschen Anpassen Und easy Das hier noch Ey wo ist das? Welchen Bereich soll ich Ah diesen Bereich Okay Ähm ich glaube das muss Bisschen größer werden Oder? Oder kleiner Alter Ich finde keinen Mittelweg Bei diesem scheiß Ding Irgendwie Gefällt mir diese Perspektive nicht Irgendwas mache ich falsch Muss es so sein oder so? Irgendwas mache ich falsch Ey Lass mich verarschen Guck mal Ich drücke doch nur ganz sachte drauf Guck mal an Alter ich raste gleich aus Okay das war schon mal gut Okay nicht gut Muss ich das so anpassen oder was? Jetzt kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Das ist beim Einmal Wegdrücken Okay Deswegen Okay das war ein bisschen Brainfuck Äh Da fehlt um Diesen Stück Okay Einfach ein Aufzug Sprich mit Leon Wie soll ich mit dir sprechen Da hinten Ich bin sorry Du musst dich Ich bin sehr schade Ich bin sehr schade Aber Ich bin nicht Das ist nicht Ah Willst du sehen? Oh So Exakt Warum Ich glaube Es ist Weil Die Kristallism Oh So Danke für deine Antwort Herr Night Oh Ho Hoffentlich nicht Oh Und Gut Geh in die Schlossbibliothek Ich denke Das haben wir auch geschafft hier Ab geht's Die Stimme Ah Das haben wir auch geschafft hier Ja Das ist Madushia Ah, Amy, komm mal jetzt, darling, du kannst du nicht mehr so machen. Du bist jetzt eine große Mädchen. Es ist Zeit, die Fairey-Tales zu vergessen. Aber... Oh, und ich habe fast vergessen. Ich habe dir einen neuen Set of Music-Course-Books gekauft. Gib ihnen ein Lied, nicht wahr? Du solltest deine Zeit auf etwas mehr... ...meiniglich. Oh... Okay, Mom. Ich... Ich verstehe. Ja, aber... Wir sind wieder zurück. Ich glaube, wir haben gerade gesehen... Das ist etwas... Ihr... Ask me for directions... Ich meine... Oh, aber... Ich kann... Well... Du hast recht auf das... Du musst nicht tun, für mich. Meine liebe Frau. Die Möglichkeit zu behalten, deine Schönheit, ist die höhereinste Reaktion, die ich zu fragen. Der dritte Volumen von E... Ist es guardiert von jemandem? Oh-ho-ho-ho-ho-ho! Das bedeutet, dass wir immer noch finden... Es ist ein Bürger. Dein Gesicht... Dein Gesicht... ... ist kaptivierend... ... und voll von Weisdom... ... und die Firma, die du... Dein Gesicht... Nice! Das haben wir auch geschafft. Apokalypte, das immer noch dreist. So im dritten Band... Woher müssen wir? Dein da? Machen wir dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao!